Und hier mal 5 Freispiele! Oh, das Verlängerung klingelt! Ja komm! Ja! Ja, wansien! 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 Ja! Ja, wansien! Ja, wansien! Ja, wansien! Hier hat der Patent A15 eingestellt, das geht ja auch nicht. Rechts musst du voll machen. Filter ja doch ganz schön, da kommt nur nichts bei rum. Also klar, so ein Tamtam für 5,55 Euro. Lassen wir das mal durch den Kopf hin. Oh, hier ist der Asche hier. Eigentlich habe ich das Bedürfnis zu wechseln, aber das lohnt ja auch nicht mehr. Dann ziehen wir jetzt eiskalt durch. Oh, das Puzzle war zusammen hier. Zwölf. Jawoll. Na ja, geht doch. 100 haben wir sicher. Bleibt bei 100. Einen Versuch war es wert. Einen Versuch war es wert. Rann die Randatten. Und eine Runde Wishing Well. So. Ah, was gibt es nicht schön? Mh. Mal so ein Mika-Kraub. Wann hätten wir die andere voll gesehen. Ich hab' auch noch mal geflogen. Ich hab' auch noch ein Mika-Kraub. Und dann hatte ich den Mika-Kraub. Ich hab' auch noch keine Probe-Kraub. Alles Zurufe. Lass noch mehr. Es gibt in den Mika-Kraub. Wann wir den ganzen Tag. Ich hab' auch noch mit dem Mika-Kraub. Es wird noch hoffnet. Denn, wir haben die kleine Fulie gesehen. Oh es kommt schon, die Verlängerung gilt unter uns auch nicht. Sehr schlecht bezahlt, schade. Und wir schauen uns mal hier ein paar Drehungen an, los geht's. Die Szene. Ah, ah, da nie, umschale. Ah, Kopfschau, ne? Mmmh! Oh, das ist der Schenke 5er, weil ich auch noch mal sehen kann. Ah, weg ist er. 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 Soll ich noch was gebacken oder nicht? Ach, geht doch. Wow. Wie lange hat's nicht dauert? Unni, nehmen wir mit. Oh, schick, schick. So, schauen wir uns mal noch ein anderes Spielchen an. Und hier mal 15 Fallspieler. Los geht's. Sollte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Und heute gehen wir uns immer eine Runde 1 Euro ist gut, los gehts 10er 40, sichern wir uns schon mal etwa haben wir, aber etwa kriegen müssen wir nicht 1 Euro ist eine 1 Euro ist 2 Euro ist 3 Euro ist Ahhhh! Hmm! auch nicht man recht sieht ja auch nicht auch voll durch den kursen das wäre man nicht muss doch nicht sein wieder auf 0 schwein 3 kannst du doch knicken naja sechs drehen können wir ihm noch dann ist schluss mit lustig spielwechsel und hier mal ein ründchen super 4 Euro spieleinsatz guck mal da schöne Türensatz hat hier schwein 3 schwein 3 schwein 3 schwein 3 schwein 3 schwein 4 earth schwein 4 schwein 4 Clarke gelang vier Das ist vollkommen ok. 40 Wilde haben wir schon drin. Schön wenn die mal auf den Schlag kommen würden. Sehr nett, immer ein Deckel. Könnte was geben. Möchig. Da waren es schon 50 Bilder, da ist wirklich fast jedes Spiel drin. Zu früh gelobt und da macht er uns nicht zu. Schade, schade, das sah vielversprechend aus. Aber gut, was soll's. 172 ist natürlich die Welt für 4, aber besser wie nix. Eine Drehung weiter gleich nächste. Zwar kehn 500 damit bei. 15. Da sind die Beträge schon leicht kleiner. Vielleicht kriegen wir einen Vollgubbel-Bild-Bonus noch. Macht er nicht. Auch nett. 2 Mal Bronze. 175 dazu. Sehr schön. Und hier kommt mal ein Shake-it-Bildchen rein. Geflattert. Da regnet's. Sehr schön. 600 Tacken ey. Geil ist das denn. Hammer. Junge, Junge, Junge. Will man ja nicht wegmachen. Hübsch, hübsch, hübsch. Gerne mehr davon. Yo. Super. Seems im erstes 2. 1. Lasst uns nicht so schnell mining Blood.